Ich muss hier rauskommen! Alle Fische sind auf der nächsten Runde der Food Chain. Es gibt kleine Tankfische, die ihr eigenes Kind essen. Der Fische ist auf einer Linie mit 5 Fischen. Und alle Fische ernähren sich anhand der Nahrungskette, abgesehen von dem kleinen Gelben, der seine eigenen Artgenossen frisst. Und der Schlüssel ist auf einer Leine mit 5 Fischen. Also, ich kann es hier auswählen, okay. Hä, ja, also... Hm. Ah, okay. Okay. Also, hier ist ein... Nee. Hier ist ein roter, darin ist ein blauer, darin ist ein grüner und darin ist ein gelber. Das heißt, hier hängen schon 4 Fische. Hier 5, 6, 7, 8, 9. Geht es darum? Weil dann ist hier 1, 2, 3, 4, 5. Dann muss es ja hier unten sein. Hä? Nee. 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 Ach so, nee. Ich glaube, in dem roten hier ist nicht ein blauer, in dem grüner ist und dem gelber ist, sondern in dem roten ist einfach nur ein blauer. Punkt. Punkt. Und in dem grünen hier ist einfach nur ein gelber. Und in dem blauen ist einfach nur ein grüner. Das heißt, es sind 2, 4, 6. Oder was? Ah, okay. Ich dachte, hier wären es 2, 4, 6. Aber es könnte ja auch sein, dass einer von denen den Schlüssel hat. Sagen wir mal der rote. Dann wären hier 2, hier 2 und hier nur einer mit Schlüssel. Dann wären das hier 5. Und hier sind es 2, 4, 6, 8 oder 7. Und hier sind es 2, 4, 6 oder 5. Also entweder auf der Leine oder auf der Leine. So, und es gibt hier, der rote Fisch ist am seltensten vertreten. Es sind 1, 2, 3, 4 davon und es kann auch nirgendwo ein weiterer sein. Das heißt, es gibt auch weniger... Achso, ne. Das heißt, es gibt auf jeden Fall mehr blaue. Ähm, das heißt, 1, 2, 3, 4, 5 wäre dann auf jeden Fall schon mal mehr. Das reicht. Dann müsste hier kein blauer drin sein. Oder halt hier ist irgendwo einer nicht drin. Und vom grünen müssen es demnach auch mehr als 4 sein. Also einer hier, 2, 3, 4, 5. Dann würde ich sagen, in dem blauen muss einer drin sein, weil sonst komme ich nur auf 4 grüne. Und dann geht das nicht auf, dass der rote der alleinige ist, der auch hier am wenigsten vertreten ist. Und der gelbe muss einen anderen gelben verschluckt haben, sonst geht es auch nicht auf. Ähm, weil gelbe vertreten sind sozusagen 1, 2, 3, 4, 5. Weil ich auf 5 kommen muss. Das heißt, der Schlüssel kann eigentlich nur hier drin sein. Oder so war es doch. 1, 2, 3, 4, 5. Ne. Hä? Nein, warte, so rum. Hier war es. Blaue Fische. 1, 2, 3, 4, 5. Dafür brauche ich den hier nicht. Den hier brauche ich aber, damit ich die Anzahl der gelben voll bekomme. Den hier brauche ich, damit ich die Anzahl der grünen vorkomme. Dann muss es so sein. Hm. Ja. Okay. Ja, also dann, ja. Ich glaube, es müsste stimmen. Ich glaube, es wäre schneller gegangen, einfach alle Fische auseinanderzunehmen, aber hey. Das war ein nahes Wort. Was ist hier passiert, Agent Tethers? Sheriff Bach, Glory Davner versucht mich zu töten. Komm schon, Tethers. Du bist sicher, diese süße kleine Mädchen? Sheriff, ich versuche, sie ist nicht so innozentig, wie sie sieht. Okay. Ich werde sie finden und fragen sie ein paar Fragen. Du bleibst jetzt aus dem Problem. Ich mag mein Büro. Es ist warm in meinem Büro. Es ist ruhig in meinem Büro. Es gibt keine maniacale Gnomes oder Chainsaw-wielding-Waitressen in meinem Büro. Ich muss zurück in die Lodge gehen, fixe diese Geräte, und komm hier raus! Okay. Immerhin habe ich mein Puzzleteil wieder. Dann kann ich ja jetzt mal die Fabrik aufmachen. Niemand von diesen Geräten fitten auf dieser Tür. Hä? Achso, nein. Ich muss das erst richtig zusammensetzen. Da war ich ja gerade dabei, als der Irre kam. Okay. Okay. Let's get this gear back together. So. Diesmal bitte keine bösen Überraschungen. So. 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 Ja. Hätte ich jetzt gesagt, dass das so hingehört. Ah, ne tut's nicht. Dass der gehört dahin. Ah ne, vielleicht so Ja Das war einfach Komm, das war einfach Ups Alter Die hier sind so was von Bekloppt, da komme ich nicht mehr mit Der Geist ist gestört, der mit der Waffe Ja, lass mich mal sitzen Komm, wir gehen schnell mal schnell weg Nun nehme ich jetzt eins Ah, ok Ok Irgendwo geht's Ja, hier scheint's loszugehen Und hier ist der Hier ist der Tank Oder so So sieht doch halbwegs richtig aus Das würde ich mal schätzen War schon richtig Halt ne, so könnte es auch sein Ja, machen wir mal so Ne, irgendwie nicht Dann halt doch anders Dann halt doch so So Das hier wahrscheinlich so Ähm Ah ja, ja Ist das richtig? Ich komm nicht mit Nochmal Also hier oben los Da dann hier Blablabla Ah ja, genau Ja, ok Da guck, Sir Agent Tethers kann sogar KFZ-Mechaniker sein Weil er ist ein Top-Agent Isaac, ich bin mit der FBI Department of Puzzle Research Wieso haben die den eingesperrt? Der war doch da bei der Gang dabei Dann müsste der doch freiwillig drin bleiben Wenn die alle so ein bisschen Meshugge sind Ok Oh je Also irgendwie soll ich daraus Ein großes Zahnrad machen Wie funktioniert das Ding generell so? Aha Ok Ich versuch das mal Ne Offenbar nicht Aber so Dann müsste das ja so passen Genau Die drei Oh Zufall Ok Glück habt Das sieht nach der Mitte aus Und jetzt Mhm Einmal hier drumrum Ne Der spitze Teil kommt nach außen Also so Jetzt die zum Lücken auffüllen Äh Ne Doch da Hm Ah Da bin ich nicht so gut drin hier Gar nicht gut Was für ein Zufall Weil das ist immer dieselbe Summe ist Ich hätte mir noch einen Zufallskenerator bauen können Das war ein tricky one Coole Konstruktion Oder Was für ein Jahr